Die Leute steigen aus dem Bus aus. Der Mann ist im Flugzeug. Die Frau schläft im Zug. Ich warte auf das Flugzeug. Sie warten auf den Zug. Sie wartet auf den Bus. Ein Flughafen am Nachmittag. Ein Bahnhof am Morgen. Ein Bahnhof am Morgen. Ein Busbahnhof bei Nacht. Ein Busbahnhof bei Nacht. Sie wartet im Café. Die Männer warten im Bahnhof. Die Frau und ihr Sohn warten im Flughafen. Ich warte im Busbahnhof. Der Mann trägt eine Uhr. Die Frau trägt eine Uhr. Diese Uhr ist in einem Bahnhof. Diese Uhr ist in einem Flughafen. Die Uhr liegt auf dem Tisch. Die Uhr liegt neben dem Spülbecken. Die Uhr steht neben dem Spülbecken. Die Uhr steht neben dem Spülbecken. Es ist ein Uhr. Es ist zwei Uhr. Es ist drei Uhr. Es ist vier Uhr. Es ist neun Uhr. Es ist zwölf Uhr. Es ist sechs Uhr. Es ist acht Uhr. Es ist fünfzehn Uhr. Es ist zwanzig Uhr. Es ist zwanzig Uhr. Es ist zwanzig Uhr. es ist vier Uhr. Es ist ein Uhr. Das Flugzeug fliegt um sechzehn Uhr ab. Das Flugzeug fliegt um sechzehn Uhr ab. Das Flugzeug kommt um einundzwanzig Uhr an. Das Flugzeug kommt um einundzwanzig Uhr an. Der Zug fährt um 6 Uhr ab. Der Zug kommt um 14 Uhr an. Das Flugzeug kommt um 2.30 Uhr an. Das Flugzeug kommt um 2.30 Uhr an. Der Bus fährt um 18.30 Uhr ab. Der Zug kommt um 11.30 Uhr an. Der Zug fährt um 22.30 Uhr ab. Der Zug fährt um 22.30 Uhr ab. Entschuldigen Sie bitte, wie viel Uhr ist es? Entschuldigen Sie bitte, wie viel Uhr ist es? Es ist 5 Uhr. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, wie viel Uhr ist es? Entschuldigen Sie bitte, wie viel Uhr ist es? Es ist 8.30 Uhr. Vielen Dank. Wie viel Uhr ist es? Es ist 5.15 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 5.45 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 1.45 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 1.45 Uhr. Es ist 1.45 Uhr. Ich kaufe ein Flugticket. Er kauft eine Fahrkarte. Sie brauchen eine Fahrkarte. Sie brauchen eine Fahrkarte. Ihre Koffer sind schwarz. Sein Koffer ist rot. Ihr Koffer ist blau. Der Reisepass liegt neben dem Flugticket. Der Reisepass liegt neben dem Flugticket. Der Reisepass liegt neben dem Telefon. Der Reisepass liegt neben dem Telefon. Der Reisepass liegt auf der Landkarte. Der Reisepass liegt auf der Landkarte. Der Reisepass ist im Koffer. Der Reisepass ist im Koffer. Sie hat ein Flugticket. Sie hat einen Koffer. Sie hat einen Koffer. Sie hat ihren Reisepass. Sie hat ihren Reisepass. Der Reisepass. Der Reisepass 2 Stunden 2 Stunden 18 Minuten 18 Minuten 47 Sekunden 47 Sekunden 3 Stunden Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Die Fahrkarte kostet 60 Euro. Um wieviel Uhr fährt der Zug ab? Der Zug fährt um 1.30 Uhr ab. Der Zug fährt in 30 Minuten ab. Der Zug fährt in 30 Minuten ab. Mein Zug fährt um 8.37 Uhr ab. Um wieviel Uhr kommt dein Bus an? Mein Bus kommt um 19.15 Uhr an. Um wieviel Uhr fliegt ihr Flug ab? Mein Flug fliegt um 12.45 Uhr ab. Um wieviel Uhr kommt der Flug an? Um wieviel Uhr kommt der Flug an? Welcher Flug? Welcher Flug? Welcher Flug? Der Flug kommt in 1 Stunde an. Warten Sie auf Flug 52? Warten Sie auf Flug 52? Warten Sie auf Flug 52? Nein. Nein. Ich warte auf Zug Nummer 33. Er kommt um 1 Uhr an. Entschuldigen Sie bitte. Kommt der Zug um 19.15 Uhr an? Entschuldigen Sie bitte. Kommt der Zug um 19.15 Uhr an? Nein. Der Zug hat eine Stunde Verspätung. Er kommt um 20.15 Uhr an. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Fliegt dieser Flug um 8.55 Uhr ab? Entschuldigen Sie bitte. Fliegt dieser Flug um 8.55 Uhr ab? Nein. Dieser Flug hat 30 Minuten Verspätung. Der Flug fliegt um 9.25 Uhr ab. Nein. Dieser Flug hat 30 Minuten Verspätung. Der Flug fliegt um 9.25 Uhr ab. Wie viel Uhr ist es? Es ist 20.25 Uhr. Hat der Zug Verspätung? Hat der Zug Verspätung? Nein. Er ist pünktlich. Er kommt um 9.30 Uhr an. Nein. Er ist pünktlich. Er kommt um 9.30 Uhr an. Er kommt um 9.2 Uhr an. Einen Verspätung. Jeder stelle ich. Und ich erinnere dich. Er ist in dem filmmakers steht. Vielen Dank. Haben Sie Ihren Reisepass? Ja, ich habe meinen Reisepass. Haben Sie einen Koffer? Ja, ich habe einen Koffer. Ist der Flug pünktlich? Ja, er ist pünktlich. Das Flugzeug fliegt um 16.15 Uhr ab. Vielen Dank. Gern geschehen. Es ist ein Kilometer bis zum Restaurant. Es sind 20 Kilometer bis zum Flughafen. Es sind zehn Kilometer bis zum Hotel. Es sind fünf Kilometer bis zur Tankstelle. Unsere Zimmernummer ist 31. Unsere Zimmernummer ist 31. Die Frau ist in ihrem Zimmer. Die Frau ist in ihrem Zimmer. Das ist ihr Zimmer. Das ist ihr Zimmer. Ihre Platznummer ist 61. Ihre Platznummer ist 61. Seine Zimmernummer ist 62. Seine Zimmernummer ist 62. Das kostet 63 Euro. Er ist 64 Jahre alt. Er ist 64 Jahre alt. Ihre Platznummer ist 73. Ihre Platznummer ist 73. Ihr Zimmer hat die Nummer 74. Ihr Zimmer hat die Nummer 74. Das kostet 75. Das kostet 75 Dollar. Das kostet 75 Dollar. Ihr Zimmer hat die Nummer 86. Ihr Zimmer hat die Nummer 86. Das T-Shirt kostet 87 Dollar. Das T-Shirt kostet 87 Dollar. Er ist 88 Jahre alt. Er ist 88 Jahre alt. Dieser Fotoapparat kostet 99 Dollar. Dieser Fotoapparat kostet 99 Dollar. Dieses Telefon kostet 93 Euro. Dieser Mantel kostet 90 Pfund. Diese Schuhe kosten 96 Euro. Wie viel kostet dieser Fotoapparat? Wie viel kostet dieser Fotoapparat? Er kostet 75 Euro. Wie viel kostet diese Sonnenbrille? Sie kostet 80 Pfund. Sie kostet 80 Pfund. Sie kostet 80 Pfund. Wie viel kostet dieses Radio? Wie viel kostet dieses Radio? Es kostet 64 Dollar. Es kostet 64 Dollar. Ist der Flug pünktlich? Ist der Flug pünktlich? Nein, der Flug hat Verspätung. Nein, der Flug hat Verspätung. Ist der Flug pünktlich? Ist der Flug pünktlich? Ja, der Flug ist pünktlich. Ja, der Flug ist pünktlich. Um wie viel Uhr kommt dein Flug an? Mein Flug kommt um 7 Uhr 23 an. Um wie viel Uhr kommt dein Zug an? Mein Zug kommt um 6 Uhr 54 an. Mein Zug kommt um 6 Uhr 54 an. lower- Dance. begin, Are we 44 Ours? Imohn�50 am besten. unoa Osaka K с applikasen gewährle. Wir sniffen ja auch ohne Ron怪-Rag. Porque ich sage, dass das Fl invention kético der Arm exists. Vizep här hotels